Wahrscheinlich funktioniert das einfach nicht. Okay, das sieht richtig aus. Schere hat gewonnen, das heißt, wir gehen jetzt voll auf Schere. Ja, können wir da kurz rüberschießen? Die sind doch gerade bei uns, oder? Okay, schade da nicht. Achso, wir... Ich dachte gerade, warum starten wir zusammen mit den anderen? Quatsch. Ich hätte gerne mit denen gestartet, um die alle direkt wieder zu mähen, ey. Ja. Aber gut, die Map kennen wir ja. Aus Splidge 2. Ja, genau. Wer ist schlauer, zusammenzulaufen? Äh, weiß ich nicht. Ich habe es special. Einige sieht jetzt aber die Prozente, wie weit wir eingefärbt haben, ne? Ja. Das ist ein... Das ist ein... Das kann man kaputt machen, glaube ich, oder? Wie war das? Das muss eingesammelt werden. Ah. Was, 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 was? Ich habe irgendwas jetzt gemacht. Okay. Muss ich noch mal einsammeln? Muss ich jetzt auch einsammeln? Hast du einfach A gedrückt oder was? Ich habe es eingesammelt. Achso, okay. Ich habe wieder mein Hammer. Geht er doch hoch. Was ist los mit dir? Ja, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich jetzt eingesammelt? Aber wir... Führen? Natürlich führen wir, weil diese Elite sind. Wir sind superior. Betrayal. Ja, ich habe keine Zinsenbäcke. Ja, ich habe keine Zinsenbäcke. Nein, da war noch einer. Fuck, Luigi. Ich habe keine Ahnung, was das Ding da bringt. Ich habe es eingesammelt und... Ich habe es auch eingesammelt und bin gestorben. Ich dachte, man kann damit irgendwas schießen. Du musst es eine Zeit lang halten. Das ist wichtig. Du musst es eine Zeit lang halten und überleben. Du kannst vielleicht das einsammeln. Ich habe hier mal ein bisschen frei gemacht. Ja, ich bin gerade... Okay. Ich bin tot. Ich kann es gerade nicht nutzen. Aber kann man sich damit bewegen oder so? Nein, nein. Du musst da abstehen und bestellbleiben. Ah, okay. Boah, shit. Ach, man. Ach, du warst das. Komm, 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 komm. Hat es gereicht? Boah, ich weiß nicht. Gegen Ende war alles weg. Aber wir waren echt gut dabei, muss ich sagen. Ja. Also, wir haben echt richtig krass aufgeholt am Ende. Haha, im Sinne fällig gemacht. Easy! Ach so, die sind dann mit... Wegball! Okay. Ja, die sind auch richtig. Also, was ist da klar? Das komische Signal einsammeln oder färben? Äh, beides. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall einen Bonus, wenn wir das Signal haben. Und wir müssen halt einfärmen. Das ist wohl so ein Bonus, den wir kriegen. Vielleicht bleiben wir zusammen. Okay. Dann sag an. Ähm. Ich... Ja, ich guck mal... Ich guck mal... Ja, ich guck mal rechts lang gehen. Gäbe schon kaputt. Und dann kommen welche... So, unsere... Ich hab ne Special. Ich komm an der Seite. Ich komm an der Seite. Ich hab den Roller erwischt. Ach so, da steht auch noch ein Roller. Ich... Okay, ich hab irgendwie noch erwischt. Hättet ihr? Na fuck! Ich muss sagen, es ist schon hart, dass es das automatisch einsammelt. Ähm. Weil ich hatte plötzlich das Ding in der Hand. Und dann kann man natürlich erstmal nichts machen. Okay, ich geh mal mit. Was? Ach man! Ja. Also, wenn du auch Special aktivierst und daran vorbeigehst, sammelst du das auch eins. Und dann wird deine Special unterbrochen. Belastend. Oh, da guck mal. Wo kommt der denn hier? Oh, wie mies, ey. Wo bist du denn hier? Oh, ich war links. Okay, ich geh wieder rechts lang. Der Links... Der Roller ist da noch. Der hat mich erwischt. Aber der geht zurück. Okay, ich komm zu dir dann. Oh, hier sind... Wo ist eigentlich Team Gelb? Oh shit, okay. Ich hab einen. Okay, nice. Da ist noch der Bogen, Dude. Und Vorsicht hinter dir ist Team Gelb. Okay, ich hab den Bogen. Okay, Hammer. Ich geh da durch. Aber ich darf nicht durch die Mitte eigentlich, ne? Ich werfe den Hammer! Eigentlich hättest du voll durch... Ach so, das stimmt. Deswegen das Special geht das halt nicht. Okay. Okay, ich hab ein paar... Na, ich bin tot, ich bin tot. Da sind auf jeden Fall zwei noch in der Mitte. Ah shit, ja, ich bin Leute auch tot. Okay, Geld geführt. Die haben auch die Special angesagt, ne? Mann! Dann sind zwei Roller bei uns. Warum sind die Roller bei uns? Weil die dumm sind. Ich mein, wir müssen eigentlich theoretisch zusammen auf Team Gelb oder nicht? Ne, Team Rot arbeitet wirklich gegen... Also als Team, also eigentlich ist Gelb unser Team-Mate. Ach so. Na, ich hab's auch genau. Das ist schon alles richtig. Also Gelb. Nein! Okay, einen habe ich. Kann ich das noch einsammeln? Ja, ich hab's noch mal eingesammelt. Boah! Was haben wir jetzt davon? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht... Hab ich da doch mal ein paar Punkte mit rausziehen können oder so? Ich hab keine Ahnung, was das Ultrasignal bringt. Ja, gut, das hat Geld gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja, genau. Wie erzählt es sich? Das ist für ein Team-Spiel. Ich find das gut, dass das Spiel gehört vielleicht dazu, dass wir das Ultrasignal einsammeln. Vielleicht gehört es ja dazu. Mhm. Ich bin mal wieder Rätseln. Ja. Aber ich weiß nicht, weil dann kann nur einer von uns färben, ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, im Zusammenhang zu gehen. Ja, das ist jetzt nicht schlimm. Da unten ist ein Heimat-Biot. Ach Gott. Okay, entdeckt. Ich geh mal runter. Ich geb dir Rückendeckung. Zieh durch. Ich geb dir Rückendeckung. Okay. We did it! Okay, wir haben das erste Mal. Wir verteidigen jetzt. Wir sind hier! Wir sind hier, wir sind hier die Mitte. Welche zweite mal direkt einsammeln. 아니 servLa? Jaaa, da ist noch ein Heimal. Ich kann ja nicht warten, wenn ich das Ding habe. Ich bin leider voll erwischt worden. Scheiße. Du bist echt��mer. Ah, ich verstehe. Guck, wenn du bei uns bist, hier ist so ein Ding, das jetzt Tinte regnen lässt. Und das ist für das Ultra-Segner. Wenn wir das haben, dann regnet bei uns jetzt die ganze Zeit blaue Tinte. Damit das bufft unser Team. Und jetzt haben die Gegner das auch. Das ist das Ultra-Segner. Dafür ist es. Wir kriegen ein Tinten-Regeln quasi noch, das die ganze Zeit ein bisschen einfärbt. Deswegen verlieren die auch, weil die das verteidigen. Die müssen das auf jeden Fall verteidigen. Guck mal, wie wir gerade einfach dominieren. Das wird immer mehr. Das ist schon wichtig. Okay, ich verstehe. Wir kriegen dadurch einen echt starken Tinten-Buff, der unsere Fläche immer wieder beschützt. Interessant. Okay. Boah, dann haben sie echt nicht einfach. Man müsste ja nur die Mitte verteidigen, das ist wie er schifft, nur halt, äh... Ja. Und die anderen... Wart, Tintenjet! Nein, aber ich habe den aber vom Himmel geholt. Geh doch da hoch, verdammt. Oh, nice! Ich habe zwei mit meinem Hammer erwischt. Geld sollte auf unserer Seite sein. Aber wir hätten eigentlich, äh... Boah, reicht das noch? Nice. Wie schnell Geld einfärmen einfach? Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir die anderen, äh, betrügen. Ich weiß, das weiß ich auch noch nicht. Ist das gut, wenn wir die anderen betrügen? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn wir die Zeit dazu haben... Ja, gut, dann... Ja, gehen wir wieder rechts lang, ne? Würde ich sagen. Das stimmt, für den finalen Sieg könnte ich das echt ausmachen, dann. Wenn wir ein bisschen mehr Punkte haben als Gelb. Das stimmt. Ja, Gelb ist ja noch unter uns. Ja. Okay, wir können die ganz gut noch ein bisschen im Sound halten. Wir können die auch ein bisschen ablenken lassen und, äh, Gelb erstmal die Vorhut machen, ne? Ja. Also, ich habe meine Spinne. Nice. Und schalten wir jetzt den Ding jetzt, die Flatling da aus, ey. Na, dann kann ich mal runtergehen. Nein! Oh, shit. Okay, Gelb wird ein Signal. Ich habe das andere. Ach, vorn. Schade. Aber zählt das schon, oder muss ich das wirklich... Du musst bis zum Ende durchziehen, das zählt nicht. Du musst es, es muss es einmal richtig warm machen. Ja, gut, das ergibt. Ja, jetzt hat es. So, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich mache von längst. Jetzt haben die beide Ultrasignale. Von längst sind 2,2. Da, und jetzt sieht man in der Mitte, ist, ähm, also das ist nicht bei uns, aber in der Mitte ist dann jetzt auch nochmal dieses gelbe Bad. Das sieht man jetzt dieses. Und das heißt, die Mitte wird jetzt auch hauptsächlich für Gelb eingefärbt. Das erste ist für unsere Seite, das zweite für die Mitte. Wobei, also, wenn wir zwei haben. Okay. Okay, gut zu wissen. Okay. Okay, gut zu wissen. Das ist auch gut, wenn wir bei Gelb gleich ein bisschen einfärben. Also, ich spiele auch irgendwo gegen 6. Ja. Cool Kuchel. nein nein ich wollte gerade zufrieden jetzt holt rot auf vielleicht können wir das teil noch einsammeln wir können das nicht mehr als gerne nur zwei mal eingesammelt werden ach so wenn ich das richtig verstand ja das ist jetzt erobert von gelb meine ich gelb und muss es verteidigen weil die sind ja zu zweit ok er hat zwei käse und lassen das ob man jetzt irgendwie schlecht war einfach geld also zwei signale gab die waren ja gut dann weiß ich ja wahrscheinlich bei karten nichts freies oder das ist okay das kann natürlich auch sein dass man einfach das ist schade ja ich muss sagen ich würde auch lieber warten bis genug gelbe da sind weil ich muss sagen ganz ehrlich wir waren auch zwei gelbe spieler 22 er wird ja wohl zusammenkommen oder nicht ich meine mir ist egal aber was aber mir wäre schön wenn das aber dann auch gewertet wird bitte weil ich sagen finde ich guck mal eben ist er ist ja zusammengebrochen wieder muss nur besser sein als also komplett einfach besser sein das heißt das heißt wenn wir geld verraten verlieren wir dann eigentlich das ist eigentlich gar nicht mal so am ende dann höchstens vielleicht wenn man sieht okay wir haben ja ich werde sterben das heißt dass ich gerettet du warst das auch mit der kappe gerade ja genau da hast du mich gerade gerettet wo es gleich gestorben das wie auch immer ich das gemacht habe keine tinte mehr ja ich bin so dumm ja danke wenn du mal wie ich bin ich glaube ich bin haribo als ob ich nicht getroffen betrug ganz ehrlich also so ich bin auch hier sind ich bin es ich bin 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 da ist das wasser gefallen aber hier kann ich echt leicht ich bitte echt als ständig ins wasser gefallen ich bin hier ständig ins wasser gefallen ich will mich wieder ein bisschen verarscht warum die eigentlich japanische schriftzeichen bin ich bei europa haben die haben mich nicht auf die namen geguckt muss ich sagen meine kackpum me maan oh, I pinz it haha, dude, das oh strahl gesehen gesehen was macht aber ein pinsel ja wir sind alle tot belastend was für eine reichweite ladling hydrant sogar hat die maps schießen der schießt bis zu den hause ist echt so als ob ich den hydrant nicht erwischt haben betrug da kommt eine kugel ich habe den mitgenommen hätte die war auch einer dann habe ich war für dich beseitigt so richtig so das andere ist alles andere nur schwache leistung ich habe keine tinte nein warum hat er denn sehr sehr gut sicher das ist die deutsche band nicht ein taxi genommen immerhin aber sehr gut wasser über wasser man immer kommt nur in dem pinsel daher gelaufen tatsächlich einer mit dem japanischen nach oder zwei sogar es ist ein afghanistan eingeschlafen oder was ist das denn weiß ich nicht gerade wieder im zeitpunkt ist weil ich meine ich muss sagen war das ist ja echt hart also jetzt ehrlich sind bestimmt irgendwann auf tage als ob die plötzlich so dominiert haben ist das denn erstmal rennen man da auf den dinger endlich aber wir sind draußen kinder was ich kopf hört man das krass siehst du so aus wie ins berg und 12 keine ahnung ich ich weiß ich weiß dass gar nicht gut im reis mit immer auf hatte ja bei mir ist das fenster offen woher weißt du das naja man geht ja nicht davon aus dass das alles einfach random laut ist plötzlich entweder als die katzen oder kinder werden in der wohnung gefangen oder fenster so schade schade ja keine zentste mehr nein wie lange er denn wo er wieder ausfällt Ich glaube, ich nehme vielleicht die Doppler gleich wieder, weil hier muss man offensiver spielen. Ja, vielleicht ist es so für defensiv, das kann ich mit dem Bogen so ein bisschen, aber so offensiv ist glaube ich Doppler besser. Ja. Als ob ich nicht treffe. Na ey. Es kommt ja von rot, wenn ihr nur auf uns geht. Ich sag mal Team Gap ausschalten. Mann. Ah, das war schon zweimal eingesammelt, ne? Ja, genau. Ah, shit ey. Da standen glaube ich immer am Rand. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Die kamen gerade von da oben runter. Nein, das war... Vielleicht probier nochmal, wenn du... Weiter mit Bogen. Ja. Genau. Wow. Ich habe gerade irgendwie fünf Kills oder so gemacht. Ja. Ja, schade. Stört das, soll ich das Fenster zumachen? Nein, da ist gut. Es gibt Schlimmeres. Wenn Nachbarn anfangen wir müssen aufzuhängen oder so. Da fängt man rein, wenn der Rasierer startet. Ja, ne, wenn Gelb gewinnt, gewinnen wir auch. Das ist glaube ich nicht so schlimm, wenn Gelb dominiert. Mann, was ist das? Ganz ehrlich. Ey. Mann, zehner kann ich gerade sagen. Sieht man noch. Trotzdem. Ey, wir haben auch so lustige Zeichen über den Kopf. Das ist wahrscheinlich, weil wir bestimmt schon Superior sind, ey. Was meinst du? Ja, das kann ich mir nicht erklären, sodass wir schon den Rang voll haben oder so. Damit alle sehen. Immer auf die. Wir sind die coolsten. Nein, da ist ein cooler Ding, ich ziehe bei dem einen. Nein, der springt gleich hin, ey. Okay, der springt davon weg. Wow. Was? Was war das denn? Der Cola-Drink ist weg. Ach, kack. Hi, ey. Wieder random aus dem Nix. Na, dafür ist es halt da, ne? Ich glaube, diese Map hatten wir noch gar nicht, ne? Boah, gute Frage. Ne, wir hatten... Ne, hatten wir nicht. Ne neue Map! Oder? Doch, die hatten wir. Nein. Auf. Hä, das mit dem Turm hier in der Mitte? Das war doch das, was am Anfang da war, als wir gespielt hatten. Nein. Mit dem Turm in der Mitte und dann über das Gitter kommt man zu den Gegnern rüber. Nein, das war eine andere Map. Achso, okay. Das war eine andere Map. Alles klar. Okay. Nein. Oh, ein ATA. Was geht? Das ist was geht. Nein. aber was wird in drei reingeschaut hier ja kurs weiß nein diese überstrahlen das freundlich auf diesen kaktor mehr sehen gott aber wann hat alle so kann es hat alle töten auf einmal ich habe auch vorher einen kumpel von mir geschrieben ob das blätter und sich schon angeguckt hat und er meinte halt erst gerade auf der hohe noch mal das kommt jetzt häufiger und eigentlich müsste es immer sein so um uns zu vertrösten ja wenn jetzt verliehen kommen jetzt immer auf die rennen schienen ja i guess oh nice finger Ja bis Haha, Pinsel ey. Oha, Wipeout, nice nice nice. Achso, oh nice. War keine Absicht, tut mir leid. Das ist ein Victor, ey, das ist ein random teammate. Oh, nice shot. Man. Nein, oh Mann, da kam mir von hinten, aber es war mir irgendwie egal. Ich will den nicht ernst nehmen. Warum? Hopp. Ah. Okay. Fangen mich auf. Oha, nice nice nice, auch den erledigt. Nice. Ja, easy. Sehr nice. Voll durchgezogen, ey. Richtig dominiert, ey. So muss das sein. Nur mal zwei Stunden festzusetzen, klingt mies, ey. Kann Splatoon ein Team wählen? Ey, ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich. Ich glaube, Haribo rastet gleich aus. Ich war zum Beispiel Ketchup. Ja, dann weißt du ja, was Team Stein gemeint ist. Ich bin Team Stein. Von Schere, Stein, Papier. Das ist das Blattunfest Thema. Schere, Stein oder Papier? Weil Schere, Stein, Papier Tag ist. Happy Birthday, Schere, Stein und Papier. Auch wenn ich lange dann glaube, das ist ein bisschen gelogen, weil... Wow. Ah, ich muss springen, ne? Kann mal jemand von uns disconnecten kurz, damit die Lobby wieder zusammenbricht? Äh, ja, okay. Ich kann's eigentlich schon in den ersten Sekunden feststellen, boah, wie du kackern Bock hast, das ist einfach rausgehen. Ja. Und zwar alle das versauen, ey. Ja. Ich hoffe, das geht später im Rangkampf auch, das wär mega gut. Stell dir mal vor, du hast einfach jemanden, der dreht am Anfang die Führung, einfach disconnecten. Ja gut, der, der disconnected, der hat erstmal verloren quasi. Oh, das wollte ich nicht. Ist ja noch Platz, um mitzumachen, sobald die es runtergeladen haben, äh, ganz schlechte Nachrichten, weil das hier geht zu zweit. Also normalerweise, also der Modus jetzt hier nur zu, also zu vier, klar. Aber, äh, wir machen dieses Trimagische Turnier aus Harry Potter. Und da ist ein, äh, vier gegen zwei gegen zwei. Und, äh, das Führungsteam ist zurzeit Schere. Das heißt, die vier ist vier zu viert und Papier und Stein sind zu zweit. Deswegen sind Harry wohl nicht alleine. Und diese Vierermatches, die kommen nur zustande, wenn Papier sich, äh, nicht zusammenreißt. Heute Morgen kannst du mitmachen können. Die Schlafmütze. Bam! Nice. Na hast du ihn? Nice. Glaub ich schon, ich hab einfach geschossen weil es das... Aber ich glaub ich war das ganne. Oke. Oh, den hab ich! Ohohohohohoho! 嫌st showedt. Den hab ja, nice, nice. Deine Papier sind ja schlimm hier. Ich glaub jetzt nicht. Ja, wenn die, wenn die Angst haben. Ja, die haben aber vielleicht Angst vor Schere, ne? haben nicht geschlafen hat renoviert unverschämt und unterrichtig ja gut renoviert ist immer kacke wie lange müssen renovieren da war ja schon gefühl sei wie lange geht das denn schon zehn stück von diesen um deinen wunsch skill einzupacken ist total kompliziert und total wird aber oben ist es ein gutes nettes special event wo du eigentlich das was du sollst auch mal spielst und wir gehabt und das aber als team so müssen ganz cool gemacht hier ist eigentlich ganz lustig also ich weiß ich muss sagen gut ich bin ja in letzter zeit viel vermehrt revierkampf ich muss sagen was ich halt nicht so gut finde ist so dieses weil sie nicht die das hier das wird man nicht eben ewig wartet bis man wieder in so einem dreier dings ist weil ich muss sagen ich für diesen drei modus ja ist das neue möchte ich spielen und nintendo so ja aber das sein damit quasi ungefähr so besonders wie die szene kämpfe irgendwann mal kommt denn denn das aber du kannst dir katana und bogen auch ausprobieren und so die neuen waffen die special sie sind ganz nett als ob ich nicht treffe kommt zurück pikachu ich glaube ich kann also ich würde mal ein bisschen mit vor ich habe ihn aber sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut da sind nein die bombe damit habe ich bin auch tot bogen ich muss sagen ich habe mich für bogen echt entschieden also bogen macht schon bock also ich werde auch weiter die doppler nehmen aber ich werde immer wieder zwischendurch immer wechseln und je nachdem wie gerade bock ich kann ohne nicht spielen ich muss sagen wenn man sich daran gewöhnt hat ist es ungefähr wie mit maus und wieder zu lenken also ich weiß nicht ob man also bei mir zum beispiel was ist das ganz ehrlich wenn nie wieder so ein dreier dings die reinkommen so wenige spielen ja die fehlerwählung häufen sich heute irgendwie akos ist auch schon so oft raus geflogen er muss an dein internet liegen akkus weil heute haben irgendwie ganz ganz viele schlechtes internet ist letztens zwei spiel nein ich mag sagen ja nintendo kann das ganz gut ganz cool ist du startest eine neue kampf geht gerade los und so lange im gewissen bis zu einem gewissen zeitpunkt kann wenn einer das spiel verlässt sagt das spiel es ist jemand aus dem spiel raus ja dann haben wir das für dich beendet weil es sonst unfair wäre langweilig wenn ein gegner da bin also machen wir unentschieden raus boah was war denn mann diese karte war denn Tinsuka fun fact diese Tinsuka die war damals glaube ich schon eine die gab es damals auch schon die kommt man auf jeden fall auch bekannt war er ist das hier man aber keine noch erwischt ja glaube ich auch immer wir spielen doch gerade gegen gelb also gerade gegen gelb voll gegen also es gibt ja welches ist ja ist ich finde es jetzt nicht schlimm wenn ich ein bisschen länger warten stein oha akkus mal vielleicht könnt ihr jetzt zum beispiel zusammenzocken und rascha müsste dann auch nur team stein nehmen aber sonst kann man nicht zusammenzocken und welches team bist du denn ich höre doch zu ich höre doch nicht ich höre immer zu deswegen habe ich zum beispiel auch gehört dass hier eine kohleautomat aufgestellt wurde ich habe gerade mein überschneid geschossen ey mann oha ohne uns hätte akkus was anderes gewählt ach soo ach so du meinst du hast unzugehört und deswegen stein oha ey richtig Influencer ey die zucker war ursprünglich eine tornado besucher holt hier aus bett und ja genau eins der meist genutzt und da kennt man verloren habe ich schon lange nicht mehr oh nein krass guck mal man muss man muss einfach nur meckern das gibt es auch noch der modus also da ist ja nichts gewählt dann wird es zeit okay gut dann du gibst bedeckung ne das komme ich da plan ja genau ich färb noch ein bisschen lassen wir ein bisschen hier einfärben ja klar so okay ich bin nicht mein special kommt boah ich hab ganz viel wenn du da jetzt hinkommst wenn da ja nein da kommt wer egal jetzt geht das ding hoch hm das ding hoch nice kann ich jetzt nochmal einsammeln warte ich bin doch da in der luft gerade theoretisch vorsichtig von hinten kommen zwei ja schade ich hab's aber kurz gehabt nochmal ne ich wollte halt mit meinem tintenjet bin ich halt da lang geflogen und dachte ich könnte ich das jetzt so in der luft jetzt einsam das hat nicht funktioniert achso ja gut ja jetzt hat einen kurzen okay schade eigentlich mhm wow bisschen ich werd ich glaube nicht ja duüyorum ganz schön uj ja ja ok Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Boah, ich musste meine... Boah, okay, der ist kaputt. Ich glaube, die mögen uns gerade nicht. Ich glaube auch, ja. Ja, das ist nur ein Roller gerade bei dir. Ja, er hat mich. Aber ist okay, wir haben gut Punkte gemacht. Ich glaube, der Roller... versucht das Ding kaputt zu machen. Nein, gell? Das ist unser Gebiet. Fährt rot eigentlich. Wir sind gegen rot. Nice, nice, nice. Ja. Easy. Player und Player. Sehr schöner Kass. Boah, richtig dominiert, ey. Er hat gut geklappt, unser Plan. Na, gern geschehen, Luca und Claudel. Da sind die Sprung, du kannst einfach easy hin. Mann. Jetzt fängt das wieder an. Ja, wir hatten jetzt ein Dreiermensch, ja. Ist das Nächste oder erst mal einfach... Weiß ich nicht. Um 20 Uhr oder morgen. Morgen, wenn alles vorbei ist. Ich hab dich gerade so gut gecarriert, ja. Dann gönn mir doch erstmal ne Pause, ja. Lass mich mal ein bisschen... Ach so. Ist der kleine Matty müde? Muss er ins Bett? Boah, das ist ja schon nice. Äh, nein. Ich bin groß, ey. Ich kann so lange wach bleiben, wie ich will. Wie du willst, oder wie ich kann. Ich bin noch nicht müde. Zwei Sekunden später, du bist eingeschlafen. Oh, shit, oh, shit. Alter, epischer Düsenjet-Fight. Mein Kind. Oh, nice shot. Bombe, sehr schön. Bist der Einziger, der lebt. Ja, du kannst auch easy zu mir springen. Okay. Fang mich auf! Oh, shit, Sniper. Der hat mich, der hat mich... Shit, ich dachte, ich wär besser. Aber ich war nicht besser. Also... Ja, ich kann da leider nicht ran. Belassen. Na gut, ihr macht das. Ist gut. Na gut, ihr macht das. Ist gut. Ich finde... Okay, perfekt. Ich muss sagen, ich finde das gut, dass sie das auch geändert haben mit dem Disconnect, dass man das jetzt besser sieht. Ja. Mhm. Nur, dass... Am Anfang nervt halt ein bisschen, ne? Ah, shit. Okay, oben ist wieder das Sniper, da komm ich aber nicht ran. Oben rechts. Was denn? Okay, Sniper ist nach unten gegangen, warum auch immer. Hm. Ist gefallen. Wipe out! Ja. Oh, nice. Warte, da kann ich ja zu dir springen wieder. Der Sniper springt echt immer runter. Und wahrscheinlich gar kein Bock mehr. Wipe out! Ha, schon wieder. Ah. Nice. Ja. Ja, ich hoffe nicht. Nice, ne? Kann wir es wieder in den Kampf machen? Wofür ich hier bin? Ist echt so. Cool, die nehmen jetzt endlich mal... Oh, nice. Oh, sehr gut. Mal so ein bisschen, äh... Was von Optics-Penseln? Und was von Optics-Penseln? Weil der DC war mega gut. Also... Ne, das lohnt sich schon. Klingt cool. Klingt cool. Da würde ich wahrscheinlich auch mal mehr reingucken, als in Splatoon 2. Ja, in Splatoon 2 wäre Single-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Okay, sehr gut. Nice. Ah... Ah! Ich hab keine Tinte mehr. Ja. Aha, es ist schon zu spät. Ah... Verdammt. Oh, pass auf, das Ding geht gerade ohne. Äh... Ja, hab ich gesehen. Danke. Man! War so schlecht. So schlecht. Gap hat... Okay, schade. Nein, aber der hat mich. Nein, aber der hat mich. Als ob! Ah, sie gelb hat bestimmt. Schade. Die müssen echt gucken, dass wir... Die müssen eigentlich jetzt auf gelb gehen, nicht auf uns. Das ist voll dumm. Eigentlich schon. Weil ich muss sagen, die haben jetzt die Signale, Gibt jetzt keinen Grund mehr, uns mit gelb zu verfallen. Gibt's Oma Bescheid, alles klar, macht das. Schöne Grüße. Und danke für den Lörg-Utrascheid. Ach man, ärgerlich. Von zwei Stunden ist auch so viel Zeit, ey. Boah, ich... Ja, ich hoffe... Ja, sie hat zum Glück die Powerbank von mir mitgenommen. Das heißt, sie kann... Das heißt, heute noch länger streamen. Einfach durchmachen. Na, äh... So, jetzt haben wir einfach gewonnen, weil... Und hier und gelb. Genau. Ja, schade. Na, wir kriegen jetzt trotzdem ein Sieges-Promos. Nur halt die... Spielst du die Demo und dann keinen Bock mehr. Oh. Oh, endlich. Ich bin... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bitte. Boah... Hm? Ich hab halt nur das Hydrant und Smetling gesehen bei den Gegnern. Ach so, ist ja okay, ey. Das ist easy. Die können uns, äh... Die geben Rückmendeckung, wenn die nicht erschicht sind. Kannst du das Signal holen? Ja. 好 kümmern. Ich sch kissing diese Gerilimation. Ich schieße alle. Ich schieße alle? Ich war gerade vom Strahl getroffen. Ich schieße mal in das Spat. Ja, ich werde gerade vom Strahl. Und hier kommen die... Man, die auch... Man, die auch Gelb hat er auf mich geschossen. Das ist. Guckugel, Mann, ich springe zu dir, kommt sie da, ja ich hab den Game beseitigt, okay ich hab glaube ich alle, war doch nicht, da war doch noch einer, ach mess. Ah, ich würd's auch nochmal einsammeln. Hast du eigentlich zwei gespielt, Slime? Ja verdammt, ich hab drei rote gekillt, das noch. Ja, wenn du wieder da bist, kann ich meine Specials hin. Ah, ich schwör mal zu dir. So, ich hab dir da so ein Stinke-Ding hingepackt. Ja, hab ich auch gemacht. Ach du, das hast du auch. Bord und Bogen. Ich hab mal eine Special rein. Mann, da war noch einer. Hab es! Ich hab gesehen, was er wollte. So muss das. Kriegt Geld? Ach, schade. Ich wollte gerade Tentenjet aktivieren und Geld versuchen zu töten. Ah. Ja gut. Ich schieße dreimal auf ihn und der ist nicht tot. Ah, okay. Einmachen. Okay, wir sollten so ein bisschen absprechen, weil wir die Dingen schießen. Wenn du... Erwerfen. Also ist egal, einfach bobbelt, gebobbelt, hält besser. Willkommen zurück, Slime? Ja. Hast du eigentlich aus Splatoon 2 gespielt, Slime? Ich komm zurück. Krass. Krass. Nicht mal Story durch. Okay. Also zumindest geht das auch über Amiibo Easy rein da. Nochmal, oha. Da ist ein Player. Ja. Ja. Komm da erstmal rein und weiß gar nicht, was abgeht. Ja. Guck mal, wo es Splatoon 3 ist. Aber guck, warum hast du mich, Anu? Ja, aber mit der Störung muss man immer erst reinkommen in so Spielen, ne? Finde ich. Obwohl, den deckt schon. Wow. Was? Was? Okay. Die Volkskriege soll das mies. Aber ja, es ist, glaube ich, aus Splatoon 1 habe ich auch nicht so viel gespielt. Ich habe einmal die Story durchgespielt. Äh, viel, äh. Ein bisschen, äh, Revierkampf. Äh, Revierkampf habe ich gar nicht so viel gespielt. Ah, ich bin gleich da. Ah, sch- Schade. Ich versuche den Game zu töten. Ah, ich bin zu spät. Schade. Ah, es ist... Also Splatoon 2 habe ich richtig durchgezogen. Hä, geht Rot auch immer nur auf uns, ey? Ist das... Weiß ich nicht. Mann. Die Tinta geht mir so schnell leer hier. Wenn du reingehst, sag Bescheid. Ich fiel jetzt. Ah, schade. Ah, Mist. Mann, die Kackbombe, ey. Ach, schade. Als ob die das auch noch gekriegt haben. Als ob. Aber die sollten sich vielleicht... Team Rot sollte sich jetzt mal um Geld kümmern, ey. Kein Wunder, dass sie dann verlieren. Ich sag's dir, Team Rot kriegt das nicht geschissen dann später, wenn die echt ne... Hä? Aber ich glaube, das zu verteidigen ist echt nicht einfach, ey. Na, kann ich mir auch schwer vorstellen. Ja. Wobei ich weiß nicht, du bist ja zu viert. Wir sind nur zu zweit gegen Leute, die uns ja an dennoch geschießen, ey. Ja. Aber ja, Rot geht irgendwie echt nur zu uns. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja, deswegen verlieren wir ihn. Ja. Und wir kommen zurück. Na, wir kommen zurück. Na, wir kommen zurück. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich muss sagen, ich muss sich... Wir mussten auch erst reinkommen. Wir mussten auch erst reinkommen. Warum holen wir das Signal und alles? Aber es geht mittlerweile. Ich muss sagen, mittlerweile gekommen... Also okay, dann ist es etwas Besonderes. E.B. Happy. Ja. Die ganze Zeit ein Wecker. Wie... Hä, warum sind wir... Gelb? So, ist das jetzt zweimal Stein vielleicht? Oh ja, ich glaube, das wird... Oh, das kann sein, dass wir jetzt gegen zweimal Stein... Ach Gott, ey, das... Wie war das? Äh, Celina hat nicht heute noch gesagt. Ach, das wird ja nicht passieren. Ich kann sowas sein, ganz ehrlich. Ihr seid ja, ne? Sollen wir einfach ein bisschen Zeit geben, dann... Warte auch ein bisschen länger. Ich verstehe es halt auch nicht, aber... Habe ich blau gewählt, damit ich gelb bin? Nein! Ähm... Aber ich höre kein Wecker. Äh... Okay, wenn meine Ahnung... Ich glaube, wenn man zu blau ist, dann kann es sein, dass man gelb in der Hose wird. Man... Man... Wow... Weiß nicht, was davon jetzt kommen... W-W-W-W-was-sicht das bezug... ...ich nehme es jetzt einfach mal so hin... Ich habe einen Haribo geflucht wieder, er hat eh nichts zu mir. das mit dem blau und gelb in der hose ach so was so viel kommentiert das wirkte so als hättest du aber wieder 20 ja ich glaube schon also ich habe die gesehen sind wasser deshalb zu groß als ob ich nicht treffe ach so ich sehe mal wenn jemand eine special einsetzt also von unserem team ich war mit dem hammer da habe ich mir schon fast gut ich bin der einzige der noch lebt was los wenn man immer einen bonus bekäme wenn man gegner sniper ja mann kack sniper sniper ist gut wow gruselig aber der heiter am ende bläa alles klar nur gebaden oh dann viel abwarte dich nicht viel spaß viel erfolg ich finde auch man langweilig schon wieder zweimal stein als ob ich glaube spielt keiner mehr ich glaube auch ja papier aufgegeben und schere ist einfach arrogant und denkt sie holt uns keinen denken sich alle wenn wir nicht mehr spielen können sie meinungen die blau ist einfach leer dass er wieder auffüllt ach mann kackgut rand als ob ich muss sagen auch das system mit dem nickname das ist so voll bescheuert ich meine ich komme jetzt hier rein mit meinem account nämlich einfach keine ahnung mit irgendeinem namen und einfach irgendwas also ich kann ja jeder melden und ist ja auch nur die demo also erst würde ich sagen als hätte ich mich echt starrniveau als ob wo weißt du welche waffe du bräuchte ist also dieses spezial war für diesen linien sie wo du dich an dieses seil lang machen kann ich fände den high wie besser muss ich sagen ist ja nicht in der vielen das ist ein high da steht auch erledigt durch hammer high oder so klingt nach einem defin für mich ach so cool kugel ja ich bin jetzt wir lassen ich wollte schon sagen wie schnell konnte er sich da umdrehen ja noch mal gewonnen wo ist das problem ist auch nicht ja ich meine wenn man den namen ändern kann immer wieder das ist schon heftig wobei ich glaube ich konnte den namen gar nicht wir werden nie wieder ein magisches turnier durchführen aber jetzt kämpfen wir gegen schere also war echt eben wohl ja war echt eben zweimal stein wahrscheinlich krass belassen irgendwie schon ein bisschen ja so haben wir es unser weißt du der hammer ja vielleicht oder sprung wo ihr gewesen mist halte bisschen gefallen vielleicht traurig weißt du das hinter mir einfach du warst im weg eine csc ist keine also jahre gruppe aber die mit dem system namen die sind keinen also das sind einfach leute von dem kommi also von dem youtuber destiny kass das ist der ist bekannt für seine spätten video streams und dementsprechend seine community praktischer von system namen das heißt du könntest wahrscheinlich und die internen von csc haben dann dings gegründet hat auch klaren manche sind halt sind auch gut also so ganz cool die leute manche aber meistens sind es dann einfach zwölfjährige kittys die einfach sich cool damit fühlen teil der community zu sein damit zeigen wollen und ja und dadurch bekamen das sind die csc leute einfach ein miserablen ruf weil das halt meistens kinder sind die ja wie ist das so nötig kacke spielen wobei kinder oder es gibt einfach lassen waren die alle da beieinander das heißt ja ich habe zwei gekillt und den jetzt hat auch zwei gekillt das so glaube ich man schade ich sprengst du dir fang mich auf ich hätte mich zu spät ok jolo nicht hätte mätti ach so verdammt tut mir leid habe ich habe ich verwechselt das ist eigentlich hier dieses gold und silber ich meine was ist ein golfer silber ist das ist das gold tatsächlich wir spielen schon wieder gegen stein das ist ja eine steinerei hier krass das ist die märz wieder als ob ich niemanden gekillt kriege es ist eigentlich unser eigenes team ich darf die nicht verletzen von den gefühlen her die auch noch 4 weiterhin stein stein und so viel erfolgreich und sie durch sie durch unter dem meer so viele spieler bei stein erscheint oder wir sind so gerade gar nicht bis auch gerade das blöden 3 mann oh Gott, oh der ist oha voll heldenhaft er hat mich voll verteidigt mit der special das gibt ein booyah ich wollte gerade loben dass er megacool mir sein schild gegeben hat während ich mit sebastian gefeuert habe schade wird japanische schriftzeichen aber für mich ist er fabio okay alles klar danke für den augen wir sind ja die ganze zeit geführt schon ist echt so wir sind einfach wir gewinnen gegen schere gegen papier selbst stein machen wir platt ich finde wenn wir das gewinnen ich finde wir müssen demnächst zusatz bonus regeln bekommen dass immer wenn wir